Hallo und herzlich willkommen bei unserem zweiten Thomas Video. Hier haben wir ein Hindernisparcours, den habe ich heute speziell für Thomas gebaut. Und den wird er heute überqueren. Zuerst haben wir diese Leiter, da wird er nach unten klettern, dann über die Federn und dann über das Kleberband, dann über die Seile und dann auch noch über diese Stifte, dann über die Münzen und schließlich kommt er an sein Leckerli, den ihr beim letzten Thomas Video ausgewählt habt. Und jetzt geht es auch schon los. Zuerst über die Leiter. Los Thomas. Nein, das war jetzt falsch. Okay, egal. Jetzt über die Federn, über das Kleberband, über die Seile. Schafft er das? Und? Ja, er schafft es. Und jetzt über die Stifte. Falsche Richtung. Nein. Okay, ich helfe dir ein bisschen bei den Stiften. Sehr gut. Und noch über die Münzen. Geschafft. Und jetzt kommt er an sein Leckerli. Okay, jetzt lassen wir ihn in Ruhe fressen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vergess mir nicht, einen Kommentar zu schreiben und einen Daumen nach oben zu geben. Und auch meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Jahrein Jahrein Jahrein